Hallo zu diesem kurzen Infovideo, dieses soll euch nur davon in Kenntnis setzen, dass ich mich leider mal wieder erkältet habe. Ich dachte, der Kelch geht an mir vorüber dieses Mal. Nein, ich habe es wieder mitgenommen. Ihr seht aber, ich habe das bei Ghani PLC schon gekauft, die Autos auch schon in der Garage. Und kann die dann, wenn denn mal wieder die Stimme hält, für euch reparieren und euch dann zeigen, wie das schick dann nachher am Ende aussieht. Gut, als dann es wird leider zu folgenden Ausfall kommen, ärgert mich gerade, weil es gerade so schön läuft alles, aber nichts zu ändern. Muss erst mal wieder gesund werden. Ich würde weiter Tee trinken und ich hoffe, ihr habt weiter Spaß haben hier. Bis dann, tschüss.